Willkommen zurück! Gut, dann machst du das eben. Wir sind in Crazy Gadget angelangt und langsam geht's an die Missionen, die uns Angst und Schrecken bereitet haben. Oder wie gesagt, die letzte Mission, die uns Angst und Schrecken bereitet hat. Ja, danach ist es angenehmer. Wobei die Eggman... Ne, die Eggman Mission geht. Ne, das ist die, was mit der schwachen Schwerkraft. Das geht. Ach, das wird... Ja, die ist nicht so schwer. Es wird nur wieder ätzend, die 100 Ringe zu sammeln. Naja, also Eggman hat eigentlich immer viele Ringen gehabt gegenüber Tails. Gegenüber Tails, ja, aber gegenüber Sonic, nein. Na gut, die Renner auch. Die Renner auch, aber auch am meisten. Verdammt, ich mach nochmal neuer Stand. Das hat mir jetzt nicht gefallen. Ja, die Dinger mussten... Ich finde Magic Hands, oder wie das heißt. Das hat eben gerade nicht funktioniert, deswegen mach ich neuer Start. Achso. Ich bin auch zugegangen und der hat die Rolle gemacht, obwohl ich beide Tasten gedrückt habe. Ich finde das wirklich eines der besten Upgrades von Sonic. Komm. Ich krieg den nicht rein. Pfeifi tot. Gut. Das Einzigste, was in dieser Map total behindert ist, ist wenn man... Ist das da? Ja. Nein, mehr ist das wenn man diesen Ahringer hat, den man ja schon immer... Demonst... Also den glaube ich hier noch nicht demonstrieren konnte, weil der Controller bisher mitgespielt hat. Ja, das ist dann... Da springt und... Also so gesehen zweimal Ahringen vorüber. Ja, der macht die Homing Attack. Plus... Wow! Das wäre jetzt ungewollt. Das sah man. Ich wollte eigentlich das jetzt mal machen, weil das könnte mir doch jetzt sehr von Nutzen sein. Oder? Moment. Trick nutzen? Ähm... Hast du die hochgeglitscht? Nein, ich musste den Ball machen, nur weil da verliere ich jetzt meinen Charge und ich wollte es gerade versuchen, ob ich das mit X irgendwie jetzt austricksen kann, aber... Nein, meine ganzen B-Aktionen sind dadurch im Eimer. Jetzt ist es eh wieder noch. Ne doch, ne. Ist ja eigentlich auch egal. Das nervige kommt ja jetzt erst. Na, nervig ist ja das Ring sammeln ja eigentlich nicht. Ich hab ja sogar ein Schild. So ist es ja nicht. Das sind aber für eine Sonne-Mission bis jetzt noch ziemlich wenig. Schöner. Komm. Klapp mal. Komm her. So. Mach mal drei. Guck mal, jetzt noch 35. So. Okay, 5 und... 10. 5 und 10. Yeah. So. Und fertig. Ach schade, ich wollte noch weitermachen gerade. Aran. Ciao. Äh. Buh. Buh. Dann such mal schön den Ciao. Wer hat dich ganz doll vermisst. Ja. Ganz ganz. Gerne. Ketchup all. Ja. Ketchup all. Select the stage. Who you wanna be. So. Finde den verschollenen Ciao. Da la 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 la. Ich schwieg ab. Loll loll loll. Ne. War der nicht. Ne, der war bestimmt nicht hier, Mann. What the fuck. Da 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 da. Das muss ne gute Angst. Ich tue gerade alles. Mach den, keine Ahnung mehr. Irgendwie ein Opfer will keine Ahnung mehr haben. Ne, der will einfach nur lustig in die Gegend schießen. Banz. Uff. Nein, Spaß. Ich wollte einen A-Feder inszenieren, aber... Ich lass es. Das kannst du nicht. Ne, erst jetzt zweimal in einer Millisekunde drücken, das kriegst du auch nicht hin. Ne, natürlich. Das kriegt nur meine Maus und die leuchtet noch. Ähm. Ja, das ist ja nichts. Oh, ich glaub... Ja, ich weiß wieder wo es war. Oje, wenn du die Stelle siehst, weiß es auch wieder. Ich denke mal draußen bei den Blöcken. Das ganz am Ende. Ja. Also ein Pfiff passt, da hinzukommen. Und ich weiß, dass man da einen ziemlich behinderten Sprung kriegen muss. Sprung und Tod. Megahal. Das ist ja auch bei Rusch mindestens dreimal neu gestartet. What? What the fuck? Ähm, du hast es noch überlebt. Das ist ja das. Also die Figur ist noch aufgekommen. Dann eben regulär. Machst du es mit Mitte oder machst du es mit... äh, wie heißt es? Rechts. Gegen Mitte direkt? Ja, du musst halt dann gut zielen. Ähm. Das war jetzt nicht das Ziel gemeint. Du musst da auf diese Leine, musst du jetzt fallen. Das hättest du eigentlich, da hättest du dich schon wieder hauen müssen. Na, okay. Denkst du, schaffst du? Nein. Am Ende dreht sich halt nur wie keinem runter. Das ist es. Ja, die Kamera wird es mir versorgen. Der Typ kann es einfach nicht. Du kannst es einfach nicht. Ja, oder das. Nein. Böses Igel. Ja, mach's langsam. Damit alle sehen, wie du das anstellst. Ich mach das auf die Raymer Methode. Das wollte ich eigentlich auch in LP hier demonstrieren, wie das geht. Also, ob das das geht. Ich versuch das auch mal. Wenn ich die Zeitmission mache, versuch ich das mal, ob ich das hinkrieg jetzt auch mal wieder. Der hat mich gearmt. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Tja, ich hab dich aber nicht lieb. Deine Mama hat dich lieb. Nein, Sonny. Ja, shake ihn schön durch. Der freut sich. Oh, ich wollte's Leben treffen. Moment. Du musst eigentlich nur das Hauptding töten. Ich will das aber cool. Lol. Hast du das? Nein, ich will das trotzdem aktivieren. Egal, ich will es trotzdem aktivieren. Vielleicht gibt's ja ein Leben. Vielleicht macht's das Ganze einfacher. Dann wirst du sehen, was rauskommt. Nee, die Halbzeit will ich. Die Halbzeit will ich. Wie, ich darf die nicht einsammeln doch. Yeah, heiß. Du kennst weg auf. Ist nichts? Nee. Aber ich glaub, hier konnte ich mir die ganzen Gegner sparen. Danke Kamera. Naja, du kannst dir ein Stück Weg ersparen. Ich hab dich auch ganz voll lieb, Kamera. Hallo. 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 Ciao. Hi, ciao. Tschüss, ciao. So. Du bist sehr schnell unterwegs, wie ich merke. Nicht wirklich. Na ja. Und das war dein Looping? F-Zero ist viel schneller. Na ja. Sonny könnte da so ein bisschen mithalten. Na ja, egal. La 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 la. Einfach alles gibt's. Macht Spaß. Plopp. So. Oh nein, ich komm nicht durch. Und? Stinkt hier. Stinkt hier. Ich würde dir jetzt deinen Namen nennen, aber ich lasse es. Was stinkt hier? Das stinkt hier. Ja, das war schon genug ans Spiel, denke ich. Hallo. Mein Gott. Nein. Du hast... Ja doch. Du hast einen Gott. Genauso wie ich einen Gott hab. Nämlich die Katze aus dem Getränkeautomaten. Die Katze aus dem Getränkeautomaten, die meint, sie wäre Gott. Das ist mein Gott. Ich glaub, das machst du mir irgendwo als Slogan. Die Katze aus dem Getränkeautomaten lebt, sie wäre Gott. Oh, hier kommt glaub ich gleich die Stelle. Yeah, das mach ich wieder so. Great. Ab jetzt. Abschwacken. Juhu. Nichts für Epileptiker. Irgendwann. Machst du jetzt auch noch Gesundheitswarnung? Ja, das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Wenn das Ding offen gewesen wäre, wäre das prima Stunt rein gewesen. Ja, ne? Angepippen. Guck mal hin. Was soll ich da hinten erwischen? Haha. So. Ähm, das war so. Rakete, Feuer. Pum. Pumluft. Pum pum pummeltoff. Pum pum pummeltoff. Paz. Ah ja, von denen hat eine Klebekanone gehabt. Da war es auch vielleicht nur im Hard-Modus. La la la. Ich hab einen guten Kumpel dabei. Ah. Ich will den Kumpel nicht mehr. So, und hier war's irgendwo. Du hast ihm einen Ausflug geschenkt. Ja. Drück's doch netter aus. Ah, irgendwo muss man hier so einen ganz doofen Sprung machen. Da darfst du mich jetzt nicht fragen. Ich hab nur in Erinnerung, dass hier eins ist. Ich musste erstmal die Schwerkraft richtig haben an irgendeiner Stelle. Oh je. Wo war die Stelle? Ja, die Kamera hilft mir natürlich aus. Ähm, nein, das war sie nicht. Ciao, ciao. Also hier werde ich ein paar Leben brauchen, weil der Sprung ist sauschwer, wenn ich ihn überhaupt finde, die richtige Stelle. Ja, dann such mal. Ich weiß aber echt nicht mehr, wo die war. Ich weiß nur, dass sie hier war. Der ist doch schon mal ein Ansatz. So groß ist das Gebiet jetzt auch net. Ja, das schon. Früher bist du immer für nur rüber gelaufen. Ich mach das vorsichtig. Ich glaub, wenn mit dieser Schwerkraft... Ich bin mir nicht sicher. Ich sag am besten einfach gar nichts dazu. Na hin oder je? Ähm... Na, da ist nur Schild. Wenn ich die Kamera drehen dürfte, wäre das auch ziemlich hilfreich. Du darfst aber nicht. Ich fixiere die Kamera. Ich glaub auf den blauen hier drauf. Musst du gucken. Was passiert dann schon, was ich denn so nimmt? WTF?! Das passiert! Ja, dann eben nochmal. Hab mir ja so selten gesehen. Jupp. Boom, angeschossen. So, das kann ich ja auch. Ich hab magische Handschuhe. Merkisch. Ach, Sonic. Spiel doch mal mit. Ich hab's gekillt. Geh weg, du nervst mich. Als wenigstens spackt Sonic so rum. Ach man, wo war dieser Dose Chao? Chao ist nicht doof. Ist nur kindlich. Ach so, zufrieden? Ja. Ähm... Geh weg. Wow. So, sonst weißt du was passiert, wenn man den Sprung gegen nimmt, ohne was zu haben. Wow! Das war ein erschlagenes Argument. Ähm... So. Oh nein. Ah ne. Ich muss... Ist das blaue vielleicht? Ne, das packt der nicht. Das packt der nicht im Leben. Ja, Aufladerrolle packst du's auf jeden Fall. Du weißt, was in der Entfernung wir schaffen mit der Aufladerrolle. Ja, nur zähl mal mit dieser geilen Kamera. Naja. Jetzt kommst du aufs Milone. Ich glaub, ich bin schon zu weit, wenn ich ehrlich bin. Jetzt kommst du aufs Blaue. So. Es gibt gleich eins, wo du dich von 2 entscheiden musst. Oder ich versuch's aufs Rote. Ne. Ich glaub, das war der Sprung nicht. Ich mein, man muss da irgendeinen doofen Sprung, wenn wir da Schwerkraft machen auf irgendeine Stelle, wo man sonst nicht kann. Ich hab echt keinen Plan, wie gesagt. Ja, ich hier eigentlich auch nicht so wirklich. Ich weiß nur, dass es hier war, sonst ist es mir wieder eingefallen. So. Au. Genau. Ich bin da vorne, kommst du ja weiter. Ist rechts was auch beim Roten noch? Hm, wow. Ne, nichts. Oh, ich darf die Kamera mal drehen. Na toll, da hat der aber nicht viel gebracht. Ich würd mal links jetzt gehen, weil du grad raus kommst ja weiter. Kommst ja zum Ende. Stimmt. Hier geh ich nie lang. Ich mein, hier war aber nur so ein Vieh, so ein Phönix, genau. Ähm. Ah, warte mal, ich glaub das grüne dahinten sieht doch gut aus. Da ist zumindest schon mal zwei Leben. Ah, da ist es doch. Oh, ich wusste, dass hier irgendwas... Ich meine, aber das kommt dann abkürzend mit irgendeinem Sprung in den Scheiß hab ich damals wirklich versucht. Wie jetzt? Wie jetzt? Wie jetzt? Das ist jetzt bitte schön. Schon wieder mal ein Ring tot. Das hab ich schon mal gehabt in der einen... Pyramide. Ja. Also... Ich schrauben durch Light Dash. Oh, was ein Schrott. Mein Gott. Ich tisch nicht auf. Doch, es regt mich auf. Ich brauch mein Tee. Es gibt kein Tee, ich hab Limo. Limo. Nicht die Marke nennen, sonst wär's Schleichwerbung. Ich nenn die Limo Limo. Lima Lima. Machen wir einfach unsere eigene Limo Marke extra für Schleichwerbung. Extra für LPA. Laut RTL dürfen wir ja alles. Laut RTL, ja das können wir nix und das können wir uns immer entschuldigen. Ja. Ist ja ne Krankheit. Und deswegen können wir uns damit rausreden. Also, immer wenn was ist, sagt ihr, wir sind Gamer, wir dürfen das. Mein Motto Spruch habe ich schon öfters gebracht. Du hast ihn abgeguckt. Naja, ich hab ihn auch bei RTL genauso gesehen wie du. Ja, aber du hast den Spruch... Nein! 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 Nein, Sonny! Du kannst dich doch... Hä? Warte mal, darf ich mal? Versuch mal was. Hä? Auch wenn ich weiß, das könnte den Tod bedeuten. Ja. Was? Das meinte ich. Die Sprünge gehen nicht so einfach. Ja, ich hatte auch nicht genug Fläche zum Springen, aber du hättest locker auf das Rote lenken können. Auf das Rote da. Weil du hättest ja in dem Winkel drauf gemusst. Ja, schon. Oh, die Mission ist einfach der absolute blanke Horror. Vielleicht ist es noch schlimmer als die... Naja, nee. Jetzt muss ich an... Jetzt muss ich an einem Spiel denken, wo jedes Mal eigentlich nur Horror benutzt wird, anstatt irgendein anderes Wort. Welches war denn das nochmal? Gundam Seed. Oder Siege, irgendwie so hieß das. Ja, genau. Horror! Ja, egal was, immer nur Horror. Ich weiß genau, was du glaubst. Das ist jetzt ja auch weh bei dir. Ich meine... Wir kennen ja uns schon acht Jahre, also... Nee, das ist eine Lüge. The cake is a lie. Über acht Jahre. Entschuldigung. Das hab ich halt jetzt nicht vor einem Tagebuch. Ich rechne das eigentlich nur mit den Schuljahren irgendwie zurück. Wie lange ich aus der Schule draußen bin. Lang genug, seit 2000... Fünfte Klasse ungefähr war das. Eigentlich mit dem Beginn zur Epstein Schule. Nee. Ja, später. Ja, später, ja. Und das ist die siebte Klasse, bin ich aus der Schule raus. Also, die siebte Klasse sag ich schon. Für 2007, meinst du? Das wollte ich nur sagen. Wir sind für Jahr gegangen. 2007 bin ich raus. Und du warst, wie heißt das, in der Erkenntniszeit der sechsten Klasse? Das heißt? Joa. Ich rechne grad nochmal drüber. Ach. Moment. Diesmal hat er es geladen, ja? Ja. Da oben sind alle da. Oh, er hat's gemacht. Du bist angegriffen. Äh. Äh. Du, 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 du. Nein, krieg... Geh einfach zu dir hin. Geh einfach zu dir hin. Sieben Minuten dreißig. Plus Tode. Plus. Ja, plus. Guck mal, wir sind bei der zweiten Mission und nehmen schon eine Stunde auf. Ja. Ja. So ist es. Naja, wir haben auch jetzt nur noch die schlimmen Missionen, die wir uns bis zum Schluss abgehoben haben. Na, eigentlich nur die. Das ist die letzte Mission, die schlimm ist. Ja. Final Rush, da freu ich mich schon drauf. Und die Eggman Missionen sind so schlimm. Gibt Schlimmeres. Na, die Eggman, die hauen nur noch raus. Ja, vor, die letzte. Joa. Und noch natürlich die Crème de la Crème. Reicht das? 5 Minuten? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab 5,5 gebraucht. Ja. Ich bin mal ohne, ciao. Aber gut, ich hab auch eine Kunde. Und erforscht. Und bin gestorben. Hoppa. Ah. Nicht so, Sonic. Ich überleg grad, ob ich das jetzt versuche nochmal mit dem... Meinst du nicht, da passt schon lang genug? Ja, deswegen überleg ich grad, ob ich das versuche mit dem Fall oder nicht. Oder ob ich das lieber lasse. Du kannst auch nachträglich im Video einreichen. Ja. Hier. Könnt ihr haben. Juhu. Kann sich das überhaupt nicht jemand angucken. Ja. Das... Nach dem... Wer ist das nach dem über 30. Bonus, was denk ich mal bald erreicht ist? Weil der schon erreicht ist? Ich hab das ja noch nicht alles gerendert, Leute. Werdet ihr erst... Werdet ihr erst sehen, welchen Part das letzten Endes ist. Bei welchem Part bist du jetzt mittlerweile beim Uploaden? Also ich bin derzeit bei Part 19 am Uploaden, das könnt ihr euch mal ausrechnen. Und wir sind hier jetzt fast fertig, also das dürfte jetzt schon irgendwas Mitte 30 sein, nehm ich mal. Ja, so ungefähr... Ja, so ungefähr... Also 30... Ja, Mitte 30 nicht, aber ich denk mal Anfang 30. Ja, irgendwas mit einem 30er brauche ich auf jeden Fall. Ja... 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 So... Ich will... Dich will ich doch... Oben! Ach, komm her! Komm her, du! Meine Fassan ist viel stylischer und gut für Epileptiker. Ach, du! Hat er auch noch ein Schild weggemacht. Nein! Gut, dass ich da noch, ja, halbwegs reagiert hab. Lupin! So früh Lupin gesagt. Beste Achterbahn ever. Ich denk mal die Woche sind eigentlich wie die Müllentzorgung gewesen. Sind dir ich schmarr. Sonnykugel sich halt auch dadurch. Sonnykugel mag es halt, die Treckarbeit zu übernehmen. Macht er ja immer. Obwohl, die eine Arbeit war ja sauber, wenn man bedenkt war, dass der X gelaufen ist. Auf das Spiel hab ich auch Lust. Das hab ich aber schon aufgenommen. Ich weiß. Das geht aber im Q-Up zum Teil. Zum Teil, ja. Ich kann manchmal mit Tails so geil selbst fahren. Oh je. Ich weiß noch, wie du immer abgekackt bist, wenn du das nicht gesehen hast. Ja stimmt, ich hab ja immer Tails gespielt. Oh! So. Oh, hi. Bis später. Du deine kleinen Kinder, ihr könnt ein bisschen spielen. Da meine GameCube ja nicht gibt, kann ich ja gar nichts mehr spielen. So wirklich, von so einer Sammlung her. Boah! Die müssten mal, wie von Metroid, so eine Sonic-Spiele-Sammlung machen. Von allen Teilen bis zur GameCube. Ey, ich frag mich ja was bei Generations ja jetzt rauskommt. Na gut, da kriegen ja nicht alle was von. Naja. Aber was lustig halt ist, was sie jetzt für ein Video rausgebracht haben. Aber wie gesagt, das seht ihr jetzt sowieso erst wahrscheinlich so. Egal. Ähm, ja. Das letzte Video zeigt, ähm, ja es ist jetzt Szenen aus, ähm, ähm. Ja ich weiß, hab's gemerkt. Szenen aus Sonic Colors. Okay. Das hab ich noch nicht geguckt. Sollte ich mal nachholen. Also die machen immer solche Videos. Ich hab ja Sega abonniert, wie manche schon gesehen haben. Denke ich hoff ich. Weiß ich nicht. Und die zeigen immer, wie heißt es, drei Szenen. Also drei Spielszenen. Pro Ding. Diesmal war, also diesmal war... Solange nicht Sonic an Licht dabei ist. Das wird wahrscheinlich auch dabei sein. Also ich hab das, in dem Ding kam vor, das was ich gesehen hab, war einmal, ähm, Sonic Colors. Und dann irgendein komischer Drache. Also ein Dracheartiges. Ich tendiere, dass es Chaos ist. Den sie so ein bisschen, ja es ist mehr Haut gegeben haben in seiner Form. Könnte aber auch sein, dass der von, äh, Shadow... Ne, warte mal, von Sonic and the Black Knight, da gab's doch auch so einen Drachen im Hintergrund. Ja, aber ich... Bisher haben sie diese, diese Spiele nicht in Erwägung gezogen, weil sie, ähm, extrem, wie heißt es, basiert sind. Auf was. Hm. Aber, keine Ahnung, wird man sehen. Und ja, die Zeit ist echt knapp, ich stell mich grad ein bisschen trottelig an. Da kommt, du musst noch ein paar Schalter drücken. I know it. Das wird mir zu knapp. Och. Jetzt kannst du nicht. Ähm. Hallo? Wie schön er sich weiterrollt. Schöner Back. Deutschtväldern Erlä GO giant Undllte Wirklich At stick